wir sind wieder im ls 22 der achtern die habe ich mir jetzt runtergeladen kann ich auch direkt mal zeigen es war eine sehr große karte war die auf die früchte schauen hat also sehr gute multi frucht alles was man braucht im prinzip hat sogar die neue zwischen frucht verbaut und dafür habe ich mich dann entschieden weil ich eigentlich so eine karte schon immer mal gesucht habe und sowas bisher noch nicht in dem maße gab also ich wüsste es nicht oder habe sie noch nicht gefunden wie gesagt ist ein bisschen groß für eine leine aber naja gut es gibt hier ich glaube auch nicht tot zehn höfe oder so welche mit haus welche ohne haus steht doch hier oben fischzucht fleisch alles mögliche an produktionen also jetzt nicht übertrieben aber normale produktion so ja und da mir mal wie immer die höfe nicht so gefallen haben wie das wie ich mir das vorstelle mal so habe ich mir hier hinten den hof genommen und wie man sieht ein bisschen umgebaut das ist stehen geblieben das ist noch von dem original das fand ich so nicht schlecht das habe ich das habe ich noch dran gestellt und das war ist der schweinehof den sie auf der karte gibt und hier haben die kleinen schweiner stall da war noch in der mitte zwei große diese norddeutschen die mir nicht so gefallen weil man die auch nicht fahren kann und ist also nicht richtig angenehm ja dann gehen wir hier mal weiter wie gesagt haupthaus das einzige was man hier machen muss die tasche hinlegen der fußmatte oder sonstiges ich habe hier die die reisetasche immer da weil der trigger ist zum schlafen da aber dann starte kommt immer hier vorne irgendwo ich glaube hier obwohl ich auf mittel angefangen hatte ich hatte auch noch die ganzen geräte die muss ja nochmal verkaufen die waren natürlich 200 stunden schon drauf ja dann habe ich mir hier eine kartoffelhalle hingestellt mit tankstelle das sieht dann von hinten quasi so ja die halle habe ich mir auch noch darin gestellt die gibt es aber auch glaube ich immer dort bisher was er seht ihr alles mod hat die mähdrescher habe ich behalten mir ein bisschen deko noch habe ich halt alles ein bisschen umgeändert das ist jetzt der hat hier wenn man guckt sieht man zwar schon dieser verträgt knapp 300 stunden aber ich habe trotzdem behalten ja dann habe ich mir hier zwei silo sind gebaut den schweinestall den finde ich optisch sehr schön und das meint sich halt mit durchfahren und so das gehört hat dazu ich finde den so sehr schön gemacht gibt es glaube ich auch immer doch ballen kann man hier vorne hin tun was das hier hinten ist ob man das einstreuen will ich nehme an das ist dafür gedacht ja das ist der schweinestall dann habe ich mir hier noch was davor weil hier halt platz war für geräte das ist jetzt hier klein zeug alles wie man sieht und halt möglichst immer durchfahrt gebäude ja hier ist die misstplatte dann habe ich mir eine bio bga hier hingestellt und schweinefutter herstellung die nennt sich wo auch bio bga kann man alles gülle silage zucker rüben kartoffeln stroh finde ich natürlich immer ein bisschen aber naja gut und wie gesagt hier haben wir schweinefutter kartoffeln mais weizen raps hätte gern noch zucker rüben hier drin gehabt aber gibt es nicht so ist aber auch egal so dann haben wir hier habe ich noch ein gebäude hingestellt damit die trecker und alles so unterkommen ist ein bisschen größer geworden 7 habe ich hier genommen 9 das waren 7 24 hier haben wir 9 33er gülle fass mist oder mischwagen hier transport das ist das einzige gebäude das es nicht gibt das ist eine aufzucht kälber also nicht immer tat gibt es auch nicht verbieten mods oder so das ist kaufbar so dann haben wir hier noch ein kuhstall habe ich diesmal einen offenen gewählt er ist jetzt auch nicht allzu groß ich glaube der hat 80 tiere oder so 120 zucker und der kälber stelle glaube ich 25 oder so was ich hatte erst zwei hier stehen aber auch eigentlich nicht einer reicht so ja und dann ist dann hier die rückseite habe ich ein bisschen mit einer hecke gemacht weil die tier spielwiese von den schweinchen ist da haben wir jetzt ferkel noch mit drin eventuell mal recht da hinten dann oder läufer sind das und die ferkel vielleicht da hinten in dem kleineren ja hier geht es dann hinten weiter das haupthaus noch hühner 47 stück oder wird hier reingehen reicht ist ja nur ich sage immer die müssen auf dem hof sein hühner gehören dazu ja hier kommen wir dann wiederum hier ist es silo ich hoffe dass das reicht noch unterstellmöglichkeiten ich habe überall war drin nicht zu groß gewählt die maschinen meiste so zwischen fünf und sechs meter ja ich kann ja noch mal von oben zeigen wie das so aussieht wie gesagt das l gebäude das stand und der schweinestall hier den rest habe ich dazu gebaut ich fand hier den hof am besten das ist aber geschmackssache wie gesagt die jungs haben hier schon einige vernünftige höfe gebaut ja da hinten ist meine wiese wälder haben wir auch ein paar ich habe bewusst erst mal die kleineren genannt haben sieht man ja hier ich denke mal das reicht für den anfang man muss es ja nicht direkt übertreiben weil zu große felder ist halt ja eine leine ist muss erstmal gucken wie man das alles bewirtschaftet und ob man das alles so schafft wie gesagt es gibt mehrere so kleine dörfchen hier auf der karte ich habe die gar nicht so auf dem schirm gehabt ich habe die mir mal angeguckt gehabt wo die noch nicht das ist wie gesagt jetzt die finale version was für mich auch wichtig war wenn man sowas baut das muss man dann nicht neu bauen muss und direkt mal ein mail machen ja wie gesagt geräte und so schätze versucht so einigermaßen traktoren habe ich ein bisschen mehr ps genommen falls man dann ein bisschen größere felder doch nehmen muss erstmal sehen wie wir das mit den schwein hinkriegen für kartoffeln und so das muss ich mir dann leihen da habe ich jetzt nichts gemacht enger habe ich auch ganz normale ja den ach so hier den hier habe ich einen kleineren noch mal 722 rund dann haben wir uns den noch mitgenommen in den betracht ich denke der passt hier mit hin ja wie gesagt die schweine zucht ist dafür da das mal eventuell die hier auf der karte wenn ich mich nicht beim metzger verkaufen kann kann ich noch mal gucken also das ist so der plan ja aubermarkt supermarkt dann der immer werkstatt fische und so das weiß ich nicht da muss man mal gucken vielleicht ist das ja was für einen habe ich auch noch nie gemacht wie gesagt viele sachen halt auf der karte drauf wie man sieht genug verkaufstellen gibt es auch holz und so kann man hier auch machen aber wird man schon zu viel stro ja wer weiß wie das wieder rum liegt ja wir schauen mal schon die haben schon im bauen her ein paar stündchen gelebt sagen wir so ja wir haben ja schon 15 uhr im real hier im spiel ja ich denke mal damit werde ich neu starten die ostseeküste werde ich wohl erst mal dann beiseite legen weil zwei solche großen karten das kann ich nicht spielen die rehbach bleibt habe ich mich dafür entschieden ja wie gesagt hier haben wir einen flug hier haben wir scheibenecke fünf meter sechs meter wie gesagt alles im rahmen gehalten nicht zu groß genommen ja das war's vom hof rund kann und rezentation ja dann sehen wir uns hoffe ich demnächst auf video oder auf twitch wenn ihr Lust habt dann ist die tag und danke für die likes abos kommentare gerne gesehen gut